es geht direkt los willkommen mein name ist die von wir spielen heute für euch und wir sind sofort drinnen es ist ein ein zimmer wie es ja schöner nicht sein kann ach schön schön eben mit usen können wir aufmachen es ist ja zappenduster hier könnt ihr was erkennen also für bei mir ist das hier schön duster aber so richtig duster haben wir haben eine taschenlampe haben wir nicht nischt haben wir haben hier eine stehlampe das warte können wir die mitnehmen ach das hat mir gedacht ach das ist mal ein akkurat gemacht das bett wunderbar nicht eine knitterfelde lobe ich mir so hallo wir haben hier eine videokassette zu liegen take pick up vs tape willkommen sind wir in einem hotel oder ist das ein aparten komplex da ist jammed okay alles sieht irgendwie zu aus ich mache es mal ein bisschen lauter telefon 0 3 a.m. ok was haben wir hier storage nüchte schade so schauen wir weiter ok wo kann ich denn oh was ist das hier red security level ok wir brauchen anscheinend eine security card wo kann ich denn hier mein tape abspielen meine videokassette so ein bisschen bizarr liegt ja und jeder so eine videokassette vor die tür und wir hässchen plötzlichen aha wofür schön ist das wo wir können bilden okay cool cool wir müssen scheinbar vier bilder finden na ist ja kein problem eine taschenlampe wäre würde ich gut finden würde ich da weg dabei aber nein aber natürlich nicht wäre auch wieder zu schön so und dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um hier kommen noch runter warte mal ja hier habe ich schon verzweifelt an der tür rüttelt die lampe okay wir haben es zwölf uhr und er kommt um drei oder was irgend einer kommt mich um drei besuchen jay schön hier oh hier moment vhs player muss ich play drücken ohja so wie damals einfach so knien vorm fernseher fliegend aber so ist so real footage war kann das sein okay irgendeiner da irgendwie durch irgendeine ruine gekrochen schön ja war wieder chili dienstag in der schule anscheinend ja den fingerabdruck den 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 suchst du auch voller weit da ist er da dritt da nimmst du mal um da stand er aha schön doppelkreuz wunderbar und nope ach und er ist weg wie schön wie schön aber gucken wo es okay das war es mit vst musik kann ich zurückspulen erstmal zurückspulen kostet sonst eine markt wissen wir kennen wir aus der aus der videothek so wunderbar pentagramm schön 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 läuft hier irgendwie das ist eine schöne pension kann man empfehlen ist drei sterne irgendwie ups bei booking findest du das so was dann mal hier kiss so ah ok kann ich hier irgendwie ich kann nicht auf das schloss zugreifen hallo bitte hä kann ich hier nicht doch aber was piepst denn hier so ich hab keinen code so hier haben wir noch eine flasche vino schön ach toller jahrgang toller jahrgang so was haben wir hier ah schön behle zeichstetten ruinen wunderbar würde ich mir auch so hinhängen so ja genau so was hier schön schön in den frühstücksbereich so dann die leute auch gleich mit guter laune aufstehen und in den tag starten das ist das ist wichtig das ist wichtig das ist tatsächlich ein ziemlich cooles bild the way is threatened to sin the ship ja alles klar so eine dinge hatten wir früher mal an den decken dran so irgendwie so styropor oh Gott oh ist noch ein würfel was war denn die erste würfel für eine zahl eine 6 kann das sein kann die auch nicht nehmen okay so was haben wir hier ach schön okay eine kaffeemaschine wunderbar hier können wir auch nicht ran gut schauen wir mal weiter so hier vorne ist einfach nur duster hier geht's runter oh die rote schlüsselkarte haben wir aufgenommen das ist natürlich sehr schön denn würde ich mal sagen gehen wir nach oben oh also da gibt's einen abzug da gibt's einen abzug auf jeden Fall in der bewertung oh denn das wird duschen ey nee schwer so ein würfel eine 4 eine 4 oh man ich brauche was zum schreiben ich weiß wie viele Würfel ich hier noch finde siehst du jetzt wird natürlich total cool wenn Benni da wer uns nicht aufschreiben könnte ist aber nicht so okay was haben wir gesagt ich glaube der erste war eine 6 ne der zweite war eine 2 und das ist jetzt eine 4 ist das vielleicht schon der Code ist das vielleicht schon der Code ist das 6 2 4 ich schau mal erstmal ich guck mal erstmal so wie sieht's bei den Damen aus ah nicht besser nicht besser hello schön hier alter was ist denn nicht warum finden wir überall Würfel eine 3 muss ich mir nicht aufschreiben ist das überhaupt relevant Herrschaftszeiten Melli hey grüß dich na schön dass du mit dabei bist wir spielen gerade The Tape wir sind hier gerade irgendwo in irgendeinem Hotel oh hier ist noch ein Bild wir sind hier gerade in irgendeinem Hotel aufgewacht und irgendjemand hat uns angerufen und hat gesagt dass er um 3 kommt jetzt haben wir halt um 12 so dann kann ich jetzt hier oben mit ranhängen oder ja ich gehe immer von aus dass das auch in einer bestimmten Reihenfolie passieren muss ja toll so aber gucken wir mal erstmal hier vorne mit der Schlüsselkarte access granted hallo ah ja das ist oh nächster Tape schön haben wir noch oh hier haben wir noch was zum Lesen ja geht be careful not to leave your keycard at the reception again last one almost es gibt ja plötzlich warum Herzschlag wieso oh hier haben wir einen Schlüssel was denn los jetzt warum 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 hört es hier so so einen so einen schrecklichen Herzschlag was ist das überhaupt für ein Schlüssel Storage oh warte mal hier vorne war der Storage noch ein Bild ach gib mal das zu zeichnen aus dem Video und ein Schlüssel na freut mich aber draw key ach na bitte na läuft doch hier hör mal alles schön auf dem Weg warum siegt denn hier immer nichts Table showers counter das sind die Orte wo die Würfel waren oder auf dem Tisch lacken Würfel in den Duschen lagen Würfel und auf dem Counter in der Küche lacken Würfel all right all right so aber lasst uns mal kurz das Video angucken und das Bild hängen dann würde ich mal sagen ist das die 1 weil das vielleicht Video 1 war das Zeichen das werden wir jetzt diese Theorie werden wir gleich bestätigen wenn wir eventuell das Zeichen oder das Zeichen im nächsten Video sehen bei meinem Glück ist das nicht der Fall immer wenn man so eine Theorie hat so wo man denkt so ja das kann nur so sein so eject bitte gib mir da Tape und das bitte so wieder Kinder TV Position einnehmen so vielleicht muss man auch irgendwas in den Videos auch sehen also ich bin der Meinung halt die Zeichen die auf den Bildern waren würde ich im Leben nicht gleich trainieren da in so ein Dreckskeller da 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 ist der Zeichen die Zeichen haben wir auf eben ein Bild drauf Video 2 also würde ich sagen es hängt an zweiter Reihenfolge so die Theorie oh bitte lass jetzt keine in der Ecke stehen dann schnell wieder raus so ist gut Iva ist da was war da was war da was gehört ich verstehe nicht warum man an so Lost Places immer rumkrauchen muss was erwartet ihr denn da zu finden ach so und einmal zurückspuren bitte ähm Mutti hi schön dass du da bist so dann würde ich mal sagen das Bild ah wir können es heuer abnehmen das ist sehr schön das war im Video 2 also hänge ich das auf die 2 dann würde ich sagen bist du vielleicht auf Video 3 gewesen und wir werden mal runter gehen und mal gucken ob wir den Code eingeben können wir haben 4 Würfel oh scheiße das ist schon nach halb 2 um 3 kommt der ach du Kacke der kommt wir haben wir haben 4 Würfel gefunden und wir haben 3 Zahlen 6 2 4 und die 3 ich überlege jetzt gerade wir haben er sagt er hat uns jetzt zeigt wo die Wurfel liegen und er hat in der Dusche lagen 2 jeweils sollen wir die zusammenzählen in der Dusche die 2 und die 4 ne die was waren das die 4 und die 3 also dass das 7 sind weil ich hab jetzt sonst keine Zahl gefunden hier wir probieren mal so als erstes war der 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 Counter das war die 6 probieren wir uns einfach mal das funktioniert das hat funktioniert krass krass bester Tag ever so mal auf das Ding mal auf werde ich mich verarschen ah und oh Tab Nummer 3 und ein Schlüssel für eine Tür die ich noch nie gesehen habe haben wir die schon gesehen irgendwo greif dir doch den Schlüssel Junge dankeschön strange key äh nehmen danke das ist voll lieb von dir so wir haben das nächste Tape Alter wie geil ist das denn nein ejecten bitte take und das ist Nummer 3 immer um 11.28 am 30. Juli okay oh 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 da seht doch das das nächste Zeichen hat ich gerade gerade gesehen und das nein was wird es schlimm ist Stand da ein Code? 1318? D-File! Stellenweise kann ich ja nicht erkennen wirklich, was da steht Hau ab! Okay, der Flüster ist bei uns, das ist ja super, das ist ja total schau So, warte mal, was haben wir, was haben wir? Wir haben noch einen Schlüssel, für was für eine Tür, wo ist diese Tür? Hier It's in the tapes, ach du Scheiße Ach du Scheiße So, was ist das hier? Ach, das ist so ein Drehscheiß hier Guck mal Hör doch mal auf! Ist das richtig? Tape noch mal 4! Tape noch mal 4! Wie spät ist das? Alters! Ah, wir haben noch 40 Minuten! Dann kommt irgendjemand! Oh, jetzt spult er noch zurück! Er spult noch zurück! Er ist gegen mich! Dieser VHS Player ist einfach gegen mich! Ihr Pferde-Ding! Wo ist's? So, und wir machen T4 hin! Mach doch! Los! Play! Schnell! Nein! Nein, Mann! Alter! Play! Oh, die Penner! Alter! Oh, die Penner! Alter! Und das dahinter ist das Zeichen vom letzten Bild oder wie? ist das denn ein Messer? Oh, scheiße! Oh, scheiße! Das war nicht cool! Das war nicht cool! So, was... Ja! Und nun? Was sollen wir jetzt machen? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich hab... Was, was... soll ich für ein Tal jetzt einnehmen? Was für ein Tal? Was denn für ein Tal? Was war das? 1, 1, 8, 3, 1? Nee, was war das? Habt ihr irgendwo eine Tal gesehen, Chat? Öh, ist klob. 1, 1, 3, 1, 8. Jetzt sind nur drei Zahlen? Drei? Warum denn nur drei Zahlen? Was war, äh, Uhrzeit war, scheiße, ja, es sind vier Zahlen. 11, 28, 30.07. Hinter, 30, 0, nee, 7, nee, was ist das, 7, 3, 0 oder was, Englisch? Ja, ja, alter, bester Tag ever. Wir haben Bild, wir haben Bild, wir haben Bild. Schnell hoch, wie spät ist das? Ha, viertel Stunde noch. Oh, und der muss natürlich, wie ein Louis, muss der hier die Treppe ganz entspannt laufen. Hm, komm, jetzt, ihr Piaß, Junge. Häng hin, das Ding. Ist das was drauf hier an hier? Ja. Schlüssel. Pick-up. Long Door, Long Door. Wo ist jetzt die Long Door? Warte mal, unten war noch eine Treppe? Unten war noch eine Treppe. Häng mal hin. Ha, Beilung. Lauf doch. Er läuft nicht, er rennt nicht. Oh, wat'n Lappen. Hier vorne, ist das die? Bitte. Ja. Hi, es ist mir, Laura. Ich habe nicht gehört von Ihnen in lange Zeit. Ich weiß, es ist schwer zu kommen zurück, von der Sache, die passiert zu Ihnen. Und zu lassen es gehen und weiter mit Ihrer Leben. Es wird besser in Zeit. Es muss sein, und du kannst mit mir sprechen, bitte öffnen und lass mich sehen. Was ist denn das für eine Scheiße gerade gewesen? Schön. Äh, ja, ähm, ähm, und gleich instant rausgeschmissen worden. Wunderbar, na, das läuft ja. Lieben, das war The Tape. Weil es nicht euch gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, helft uns ein bisschen zu wachsen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Videokassette, mega. Bis dahin, zurückgespult. Bis dahin, zurückgespult.